Musik Das war besser wie nichts So Bei euch müsste ich jetzt mal gucken So So Autsch Machen wir einfach hiervon ein bisschen was rein Ist es voll? Jetzt ist es voll, gut Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Aber Ich will doch nur deine Kacke haben So Darum wollen wir mal wieder dafür sorgen Dass alle gut versorgt sind Ihr zum Beispiel, ihr habt ja bösen Hunger So Immer schön rein damit Immer rin Immer rin im Futterschacht So Jede Menge Erdbeer schön Zack So Das kommt hier rein Ihr seid ja noch gut versorgte Euch geht's gut, wa? Euch geht es gut Alter, rüber So Davon könnt ihr ruhig auch was abhaben So Zack Das hätten wir auch Ach ja Jetzt geht's wieder los Die Arbeit Ja Die Arbeit Die gute alte Arbeit Ihr habt Hurra Ja, ja Ich weiß Ich weiß Moment Moment So So Könnt ihr euch satt futtern? So Ihr habt bestimmt auch noch irgendwo ein Hut Oder auch nicht So Ein paar Oka-Oka's Für unsere Pinkies Junge, Junge Er hat sich aber echt ganz schön was angesammelt War mir so lange weg Das ist ja Wahnsinn Das ist ja der totale Wahnsinn So Hier haben wir noch ein paar Minzmango Die sind auch ganz gut Halt Ihr habt Hunger Ihr Süßen Ich weiß Ich war sehr lange fort Es tut mir leid Es tut mir leid Das wollte ich nicht Das war nicht meine Absicht So Zack Hätten wir es Moment mal So ja nun nicht Kollege Ich weiß, du hast Hunger Aber so nicht Kommt her Ich schnucke euch wieder ein bisschen was raus So Bitteschön Bin nicht stiften gegangen hier Ich glaub es hackt Ich glaub mir wohl mein Schwein pfeift So Habt ihr ein bisschen Popo für mich? Autsch Das heißt wohl ja 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 Habt ihr So So Sind die auch versorgt? So Fix So Fix Fix Genau Was blubbert die Alte hier? Ich hab keine Ahnung Ich weiß es doch auch nicht Ich wünschte es könnte mir jemand sagen Wahrscheinlich eh nur Dünnpfiff So Jetzt bekommt ihr euer Essen Zack 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 Und ihr bekommt eure Minz-Mango-Gas Haben wir nur so wenig? Hatten wir nur noch einen Mango-Baum? Ich weiß es nicht Ich bin mir nicht mehr so sicher Oh Meine armen Kinder sind total abverhungert So Jetzt geht es euch bestimmt besser So Geht es euch besser, ihr Süßen? Meine kleinen Enkelchen So Dann wollen wir mal hier alles leernuckeln Also auf die schnelle Welle Bisschen was verscherbeln Nein, 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 bleib, 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 bleib Bleibt doch mal ruhig Junge Frau Bleiben Sie mal ruhig So Es dürfte jetzt auch viel, viel schneller gehen Da wir ja gleich 100 mit einmal mitnehmen können Ich hoffe es noch Jawohl Sehr schön Geil Richtig gut So Gleich mal wieder ein bisschen nuckel in hier Hallo Mann, no meter So ist euer Stall wieder sauber Das ist schon mal sehr gut Jetzt seid ihr dran Jetzt seid ihr erst mal dran Zieht sich ganz schön in die Länge Aber es hilft trotzdem einiges So No Jetzt ruhig doch wieder drauf an Jetzt darf ich nicht wieder zu viel nuckeln Darf ich nicht Nein, nein Ja Eins noch So Passt Wunderbar Überall 100 Alter Schwede Alter Schwede Das ist ja nun wirklich nicht ohne Alter Zack Das dauert ja jetzt noch viel, viel länger Tut mir leid Aber was will man machen Was tut man nicht alles fürs liebe Geld So So So, jetzt seid ihr erst mal dran Ihr kleinen Bomber Meine Güte So viel Kacke auf einen Hauf Nee Immer dasselbe Man ist mal kurz auf Achse Man kommt wieder Alles voll geschissen So Oh Das muss ich doch schon wieder zählen Aber Ich bin doch zu faul Für sowas Es war nur eins zu viel Na gut So Weg damit Jetzt sind mal die Mietis drin Nimm mal schön her damit Ja Damit So Immer nur am Bieten Immer nur am Bieten Zack Und einmal einluckeln bitte Dankeschön Ach ja So Rein damit So So Oh Gott Dauert das Meine Güte Ach herje Gott Gottes Widen Naja Dafür haben wir sie fast leer Jawohl Zum Glück Zack Und noch einmal Weil es so schön war So Jetzt gehen wir nochmal schnell hier längs Nun gehen wir nochmal Sind schon wieder Früchte fertig Geht das? Ich hab doch gerade erst geahntet Ich hab doch gerade erst geahntet Geht mit dir nicht So Schnell weg damit So Tatsächlich so Überall wieder was fertig Na gut Müssen wir das dann wohl auch noch schnell ernten Und dann gehen wir erstmal auf Hühnerjagd Ich hab nämlich einen Plan Was die Rackschleimis betrifft Habt ihr noch ein bisschen was? Wenn ich schon mal hier bin? Ja Bisschen Bisschen haben sie So Ach ja Doch es geht doch So einiges schneller Es kommt einem jetzt hier am Automaten ziemlich lang vor Aber So an sich geht es doch ein bisschen schneller So Das ist noch schnell weggebracht Vielleicht können wir uns ja dann schon wieder einen neuen Rang leisten Ich weiß jetzt nur nicht was kostet denn der Rang eigentlich Ich guck mal kurz Ach das ist so eine E-Mail haben wir ja auch noch 75.000 Ja gut Kann aber Kann aber durchaus Wir haben schon 70.000 So ist ja nicht So ist es ja nicht Fliegen wir hier nochmal kurz rüber Ja So Das hätten wir jetzt auch Wie gesagt Ihr könnt ja auf Pause drücken Weil es sind dann doch schon elblange Texte hier Ups So da No Ach Ach So Das ist jetzt auch schon leer Wie sieht es denn bei den Kindern aus Haben wir da schon leer genug in komplett Ja ne Glaube schon Ja Gut Dann gucken wir mal schnell in die Höhle rein Bap 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 Wie geht es euch so Alles klar Sind schon wieder fast voll Die sind ja schon wieder fast voll Die Kinder So Komm schon Gib Gummy So Das noch weggebracht Ups Was war das Schwächeranfall Eindeutiger Schwächeranfall So Hier längs und da längs Juhu Zack Die sind ja schon wieder Warum hab ich immer das Glück Wann Gibt es ja nicht So Und wir können uns den Rang leisten Den holen wir uns erstmal gleich Zack Herzmodul Ultra Will ich haben Und schon sind wir wieder pleite Labor Upgrade Okay Goldener Volltreffer Was ist das Achso das Okay Na gut Wurde schon richtig sein Rang 21 sind wir jetzt schon Boah 350 Leben Cool Echt cool So Machen wir hier erstmal das weg So Ihr seht ja auch so hungrig aus Es ist ja faszinierend Was ihr mal leiden müsst Na Du bleibst hier Her damit Wird nicht mit dem Essen gespielt Dafür habt ihr euer Spielzeug Moment Lasst mich durch So Dass hier nicht die Hälfte umsonst drin liegt Knallen wir gleich wieder hier rein Autsch So Dann das noch schnell Blub 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 Zack Ein bisschen was hiervon Und ein bisschen was davon So Die Silberwurzel Die brauchen wir auch gleich Die brauchen wir gleich Jetzt schauen wir erstmal hier hinten Was es hier hinten Neues gibt Oh 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 so schöne bunte Farben Regenbogen Das ist so schön Einfach nur schön Wunderschön So Eins brauche ich So Ja Hier haben wir noch ein paar Herzrüben Auch mal mit Für unsere kleinen Bomber Zack Das ist für hier hinten Für unsere Derwisch Zack Junge 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 Wie sieht's ja bei euch aus Das kann ja nicht sein Kann doch nicht angehen Ja Nö 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 Ihr macht mich vielleicht ne Samerei Zack 88 Stück Oh goldig Einfach nur goldig So Das bringen wir jetzt auch erstmal weg Das bringen wir erstmal weg Das bringen wir erstmal weg So Das bringen wir auch erstmal weg Wir gehen auch gleich nochmal Müssen wir unbedingt wirklich auf Hühnerjagd gehen Das äh Das müssen wir wirklich machen Ich hab nämlich jetzt folgendes vor So Die nehmen wir jetzt alle raus So Stattdessen kommt hier jetzt ein Gordon So Und hier machen wir nochmal die Silberwurzel rein Ups So Hier auch alles raus Alles muss raus So Kann das nämlich jetzt auch weg Oh wir haben schon wieder ne neue Okay Gut So Die kommen erstmal so Hier rein Bitteschön Zockst du da oben So Und die lassen wir einfach hier Frei rumlaufen Vielleicht funktioniert's ja Die müssen sich ja dann hier theoretisch gesehen auch vermehren Wenn hier ein Gocke dazwischen rumläuft Hier ist doch schon ein Küken Mann ihr seid ja schnell Ihr geht doch mal ran, wa? Ihr geht ja ran So Kratos dahin geballert Und schon Hier ist die Liebe groß So Das müssen wir mitnehmen Das hier Moment mal Warum? Wieso hüpft ihr immer raus? Das finde ich nicht nett Ehrlich nicht Das finde ich nicht in Ordnung So Na? So Na? Zwei noch Okay Wunderbar Das gleich wieder wegnuckeln Kommt her Ihr schaltet mich hier so hungrig aus Gibt's mal ein bisschen Direktfütterung noch So Hier Hier Pupu 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 Her mit dem Pupu Und weggebracht Müssen dann sowieso nochmal hierher laufen Die sind schon wieder halb voll Das machen wir auch noch leer Tralali 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 Na hier so ein paar Teleporter So zwischen den ganzen Gärten Wäre auch mal praktisch Das wäre Gar nicht mal so schlecht So Wir haben auch noch einiges vor Nachdem wir das jetzt hier alles hinter uns haben Mit den Hühnern Und Tralala Ähm Bin ich auch dafür Dass wir noch ein bisschen die Maschine ablaufen müssen Irgendwann müssen die nun mal Leer gemacht werden Es nützt nix Bringt uns nix Müssen wir leider durch So Halt Immer mit der Ruhe Und dann mit dem Ruck Meine Güte Die können aber viel kackern So Jetzt gehen wir mal ganz kurz Nochmal da hinten hin Holen die restlichen Dingers Also Restliche Pupu Von den Quantenschleimis Und dann Versuchen wir mal hier So viele Hühner wie möglich Auf dem Weg mal einzusammeln Und die ballern wir einfach mal hier rein Hühner und Gockel Ja die müssten sich ja dann Theoretisch gesehen vermehren So rein theoretisch Ob die nun jetzt im Stall sind oder nicht Aber sobald ein Gockel da ist Dürfte das eigentlich funktionieren Juhu Hier ne Menge Pupu So das auch noch Dürfte das gleiche sodium Dürfte das magtest Wenn nicht tills Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020